Bist du auf der Suche nach einem spannenden, abwechslungsreichen, coolen Beruf? Und wünschst du dir eine solide Ausbildung, die dir ausgezeichnete Zukunftschancen bietet? Hast du ein handwerkliches Talent und Freude daran, mit den Händen und Materialien etwas zu erarbeiten? Bist du auch ganz speziell an Technik und Metallverarbeitung interessiert? Wenn du alle Fragen mit Ja beantworten kannst, dann bist du bei uns an der goldrichtigen Adresse. Herzlich willkommen bei Truenz Metalltechnik AG, ein Schweizer Familienunternehmen mit Sitz im Technologiezentrum in Steinach. Truenz bildet ihrem Technologiezentrum hochqualifizierte Fachkräfte und Spezialisten aus, die morgen noch gefragter sind denn je. Wer bei uns seine Laufbahn startet, baut eine solide, langfristige und sichere Prüfsexistenz mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten. Zahlreiche Lernende kommen nach einer erfolgreichen Abschlussfestanstellung bei uns rüber und übernehmen eine zentrale Aufgabe. Ich bin Zlatko Dragosaf. Ich habe bei der Firma Truenz Lehr als Anlagenapparatenbauer gemacht. Nach der Lehre habe ich eine Weiterbildung zum Prozessmachmann gemacht. Ein kurzer Zeit später habe ich eine Stellanbauter bekommen, um die Produktionsplanung zu leiten und die ganze Logistik zu leiten. Das hat dazu geführt, dass das Wissen der Lehrer sich übernehmen zu können, um auch die einzelnen Prozesse im ganzen Unternehmen einwirken zu können. Mein Name ist Vati Ötziog. Ich habe meine Lehre bei der Firma Truenz absolviert, als Anlagen- und Apparatenbauer. Nach der Lehre habe ich meine Weiterbildung als Betriebstechniker an der Hochschule gemacht. Nach ein paar Jahren Berufsverfahren hatte ich die Möglichkeit, beim Truenz die Funktion als Leiter Spedition zu übernehmen. Ich habe stets reichen Kontakt mit Lieferanten, Spediteuren und Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen. Auch wenn ich nicht auf einem gelernten Beruf geblieben bin, kommt mir mein erworbene Wissen aus der Lehre und Ausbildung jeden Tag sehr gut. Ich kenne alle Abteilungen, alle Produkte und Arbeitsabläufe von A bis Z. Ich bin Draschenko Mitrovic. Ich habe in der Firma Truenz die Lehre zum Anlagenapparatenbau absolvieren. Nach der Lehre habe ich verschiedene Aufgaben in der Produktion bekommen. Nachdem ich meine Kenntnisse aufbauen konnte, habe ich Abteilung Glasenschneider ab Kante Reihe als Vorgesetzter übernehmen. Jetzt konnte ich mich beruflich nochmals weiterentwickeln und durfte bei der Firma Truenz in den Verkauf wechseln. Dort kann ich das Wissen, was ich in der Produktion aufgebaut habe, tagtäglich anwenden und kann unseren Kunden als kompetenten Ansprechpartner begegnen. Ich bin Dennis Brussack, habe die Lehre bei der Firma Truenz Metalltechnik gemacht, als Anlagenapparatenbauer. Ich habe nach der Lehre in der Schweisserei weitergeschafft, habe dann eine Weiterbildung gemacht als Prozessfachmann zwei Jahre lang und habe mich dann beruflich weiterentwickeln und bin jetzt mittlerweile seit drei Jahren im Einkauf tätig. Interessiert? Dann melde ich unverbindlich an für eine Schnupperlehr. Wir freuen uns auf deinen Anruf!